moin moin youtube herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge im ls 22 projekt was geht ab so gern was macht er da drüben hallo wieder enttuldigung und die arbeiten macht den muttern los wie du hallo 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 mama wird ja ja okay ich so sammeln ja wie du ich was soll ich machen nicht froh sammeln sondern wir haben wir nicht was gemietet wirst du die spritze holen ich hole die dritte gute idee bestätigte herbezieht alles was irgendwie mit zieht endet dann einfach drauf okay du planst dann auch gleich an ort ich lade den kubadrat den oder wie lass ihn mal stehen so deine knie hallo amt da hallo wir haben doch gar keine hofer helferhof was okay aber ich wollte euch zwei hübschen jungs einmal hallo sagen ich wollte sagen dass ihr zwei schicke hüte auf habt und wir mussten leider bauamtlich bedingt die schilder gegenüber vom händler entfernen ach ja mussten wir leider machen wir werden aber das bauamt noch mal informieren dass sie dort was das hinsetzen deswegen möchte ich auch euch bitten passt bitte auf wenn er beim händler raus fahrt dass wir nicht über euer eigenes feld fahrt wir dürfen nicht unser eigenes feld fahren könnt ihr ja machen aber dann geht ja eure ante kaputt dann kann ich mich zumindest beschweren wieder bei dir ja aber das sehe ich ja dann ob ihr das wart oder nicht da ist es gleich groß auf der spur drauf seitenstecher die spuren gut alles klar wir müssen weiter im profil gut dann wohl ich jetzt die britte während und dann ich war mal probiert ne ich hab mit mir druck ja viel Spaß gubern und ansehen und zucker rüben hier drauf ne und dann wachst du mit schufe vollgas super ich lauf mal rüber alles klar mit beta tschüss let go ah junge 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 wie viele felder haben wir glaube ich glaube alle felder müssen wir spritzen ein bisschen beschäftigt da sind wir ein bisschen beschäftigt achso und abrechnung also hallo haben wir die ja immer noch so hat jemand erwartet nein ich bin mir nicht ganz sicher der kollege der letzte mal bei uns hier gearbeitet hat der sollte eigentlich äpfel verkaufen gehen hat der euch beteiligt wie jetzt noch nicht es von nichts welt von nick aber irgendwann mutter beteiligten ich weiß nicht bestellt ja er hat irgendwie 7000 äpfel weggebracht ich war ja die ganze zeit mit irgendeinem anderen verkäufer und darüber hinaus hat er auch noch 1684 wolle weggebracht und 974 honig ja nicht für eine frage ne warum macht er denn selber was dann weißt du ob das weg ist er macht doch selber nix dann weißt du ob das weg ist ja aber ich hab ja andere dachen zu tun ich war ja die ganze zeit mit irgendeinem anderen kram beschäftigt hab ich noch zu arbeiten ne eh du ich musste dann hoch nach äh timbuktuvalala niemanden land und äh da dann irgendwelche dachen ernten und hin und her fahren und dabei hat man drückt da unten unterwegs und ja 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 so und was machen wir jetzt ne frage nächste frage ne ja aber ich sehe auch dass mir ja irgendwas mit 7000 äpfeln eingetragen wurde wo denn naja bei untern aufträgen da fehlt aber noch wolle und äh honig ist doch doch ja hat aber dann weggebracht ich habe da solcher hier nicht mehr und die noch nicht heute wollen auch nicht ja 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 mensch ich muss das esc str система entspanne ich in porttulos Ja, ich bin super entspannt. So, was soll ich tun? Essen wegen dem Alter mit Computer ist immer so eine Sache, ne? Ja, das ist schwierig, ne? Internet ist Neuland und Technik ist sowieso. Ja, das ist für uns ganz neu, ne? Ja. Also, ich habe hier irgendwo stehen 1684 Liter Wolle. 1684 Liter Wolle, genau. Und dann die 7.000 Äpfel. Die Äpfel hast du ja dort. Ja. Da ist ein Problem, der Äpfel. Das steht schon. Wie du? Ja, weißt du, du hast doch so einen Pirc, ne? Ja. Ja, die Äpfel ja, der dort der vergangenen Zeit ist, ne? Das kann ich nicht. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo das Vehikel steht, ne? Dann könnte ich dir das vielleicht sogar noch sagen, ob das wirklich alles so hat, wo es ja okay. Also, da, wo es hingehört, alles verkauft. Schon länger her, ne? Was? Länger her, ne? Ja, weiß ich nicht. Er hat verkauft, er ist auf jeden Fall nicht mehr da. Ja. Aber da hättest du keinen 10% jahrt. Ja, kann sein. Ja. Aber kann ich ja nicht. Ja, du kriegst aber wieder abgezogen. Das heißt, ich wundere gleich, wenn du Punkte kriegst, kriegst du weg, wieder abgezogen, ne? Ja. Es ist schade. Drück mal F5 oder so auf dein Depplet. Ja, warten. Ich muss doch, ey, lass mich doch erstmal Wolle aufschriebe. So. So. Also, jetzt wirst du, eins, zwei, drei. Super. Jo, ich wirst du wirklich hier dann abgezogen, ne? Weißt du schon? Ja, weiß ich. Das ist okay. Ich weiß meseit. Ich danke dir trotzdem. Sehr gerne. Ich melde mich mit Beta wieder. Alles klar. Wenn ich wieder was für dich habe. Wiederhören. Wunderbar, wiederhören. Tschüss. Tschüss. Immer weg. Hallo. Also, aber die Sachen, die ich Ihnen genannt habe, brauchen wir auch nicht. Alles klar. Plus die zwei. Plus die zwei. Aber es kommt noch mehr. Alles klar. Von hier los. Dann bin ich gleich wieder da. Haben Sie nicht das alles notiert? Das habe ich mir notiert. Hannes, wir haben heute verkauft. Irgendein Vöglein hat mir ein Ackerer gezwitschert, dass wir heute Eidgeräte annehmen. Ja, ich war irgendwie zu früh. Wie? Ich habe es schon gedacht. Aber irgendjemand, der... Kann die Lotto-Teilen vorher sagen? Ich bin zu früh gekommen, Hannes. Kennst du noch? Das Problem soll bei älteren Leuten öfter kommen, habe ich gehört. Ja, ja. Ja, bitte. Ja, dröppelst du noch. Bis gleich. Ja, gut, dass sie noch jung sind, gell, Herr Hammerstein. Genau. Ich weiß nicht, irgendein Vöglein hat ein Ackerer gezwitschert, aber ab sofort nehmen wir mir Altgeräte an. Alle? Äh, alles? Ja. Und jedes Gerät zählt einzeln, auch ein kleiner Traktor. Und für jedes Gerät bekommen sie 750 XP heute. Egal wie groß, egal wie... Egal wie groß, aber so... Egal ob motorisiert oder nicht. Völlig egal. Okay. Aber wenn es bei mir ist, ist es weg. Okay. Mein Ding bitte, nein. Ähm, ich brauche aber eine Spritze. Eine Spritze, wieder die große, die Hardie wahrscheinlich, oder? Wenn das die war, ja, die war super. Ja, die ist super, genau. Und alles mit Tide, was dazugehört. Alle was? Alles mit Tide, was dazugehört, werden gedacht. Also Herbizide und die Düngizide und all so ein Kram. Pestizide, Düngizide, ah, alles. Alles, alles. Wäre da, würde vorn stehen. Super, kann ich mitnehmen? Ja, können sie mitnehmen. Haben die auch noch mit mir, Herr Bidine? Ja, haben wir schon... Also vorher ist gerade eine Lieferung gekommen, ich habe schon was hingestellt. Boah, super. Vielen Dank. Nehme ich mit, sage ich Beteil, wenn ich das andere Zeug brauche. Ja, vielleicht sehen wir uns ja heute nochmal. Parteilich. Aber hoffentlich nicht an der gleichen Stelle. Vielleicht. Vielleicht, alles klar. Mit Peter. Also, Hannes, ich wünsche dir viel Spaß, viel Erfolg. Danke. Tschüss. Tschüss. Ein paar Grubbern und dann werde ich noch ein paar Rüben ansehen. Boah, dann schauen wir mal, dann ist eh schon wieder Feierabend. Ja, man soll sich auch nicht überarbeiten. Ja, du, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz entspannt. Ja, 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 ja. Na gut, dann wünsche ich noch viel Erfolg. Ja, danke. Dann sehen wir uns ja wahrscheinlich. Hast du das Handy vom Anton zufällig, weil er die Nummer hätte ich eingespeichert? Äh, warte, ich gebe dir nochmal meine Nummer hier rüber. Bernd. Bitte schön. Dankeschön. Hast du mal eine Karte? Ja, danke. Könnte ich dann gleich mal an, dann hast du meine Nummer auch, wenn du das brauchst. Ah, sehr gut. Sehr gut. Okay, ich glaube, wenn man ein Funkgerät hat, ich muss leider, ne? Ja, dann, äh, zehn Hammer, steh mal. Kannst du ihn schon mal vorwarnen? Ich werde ihn gleich demnächst irgendwann mal aufsuchen, wenn ich ihn empfinde. Okay, ich warne ihn gleich vor. Alles gut, danke. Alles klar. Später, tschüssi. Ja, Hannes? Bernd. Ja. Ich bin hier gerade beim Händler. Okay. Und ich hole hier gerade einen Hadi. Ja? Soll ich jetzt britten? Ja klar, los. Okay, dann gehe ich jetzt britten. Aber ich habe noch was anderes. Was denn? Wir können heute, und nur heute, hat er gesagt, äh, unsere Martinen hier abkleben. Und was machen wir dann? Wir kriegen dafür EP. What? Ja. Also 1.000 praktisch? Ja, wir können unsere Martinen, die wir nicht mehr brauchen, herbringen, aber was weg ist, ist weg. Das kommt auch nicht mehr wieder. Wir haben ein ganz schlechtes Gefühl. Hallo, Sida? Hallo? Hallo, heißen Sie mal kurz an? Hallo? Hallo? Was ist denn da los bei dir? Hallo, hallo? Ich habe keine Ahnung. Können Sie kurz anhalten? Wir sind vom Radio Gartenberg und wir haben eine Nominierung für die Seitenstecher bekommen und ich wollte nicht wissen, ob ich bei Ihnen hier richtig bin. Wissen Sie, das wäre schon ganz wichtig, wenn ich das wüsste. Denn es geht hier auch wirklich um etwas ganz, ganz Wichtiges. Und hier fahren Sie eigentlich immer im Kreis. Das ist ja verrückt, was Sie hier machen. Sag Sie mal, wisst ihr eigentlich, wie spät es schon wieder ist? Das ist doch nicht die Zeit, um im Kreis zu fahren, ja? Also, ich würde um diese Zeit noch nicht im Kreis fahren. Ja, was ist denn da los bei dir? Aber wenn Sie wirklich schon wieder im Kreis fahren wollen, dann fahren Sie im Kreis, ja? Aber um diese Uhrzeit im Kreis zu fahren, ja, wie viel haben wir eigentlich? Also, das ist ja total verrückt. Ja, also es ist so... Hä? Sehr seltsam. Auf einmal... Jetzt ist er weg. Einfach so. Zick, zack. Hallo? Oh, spreche ich mit Geistern? Kann noch nie wahr sein. Kann noch nie wahr sein. Zuschauer und Zuhörer gefragt und wir sind auf der Suche und hier in diesem schönen Monat, den wir heute haben. Ja, welchen Monat haben wir eigentlich überhaupt? Das ist ja total verrückt hier. Also, ja, welchen Monat haben wir eigentlich wieder? Ja, jedenfalls ist es der Monat der Nominierung und wir suchen den hässlichsten Hof hier in Galgenberg und stellen Sie sich vor, Sie wurden nominiert. Ist das nicht fantastisch, ja? Das ist total toll. Ihr Hof wurde als einer der drei schönsten, unschönsten Höfe hier quasi nominiert von unseren 100.000 Hörern. Und ja, die Gründe, die könnten wir uns ja vielleicht mal anschauen, ob die wirklich so offensichtlich sind, ja? Ja, aber fühlst du dich frei damit? Ich habe tatsächlich ein bisschen was Besseres zu tun, das wie ihr Drecksradio da zu promoten. Ja, aber hören Sie mal, nehmen Sie einfach das Funkgerät und dann unterhalten uns so ein bisschen, ja? Dann geht es ja schon weiter. Wo bin ich denn eigentlich gerade? Bernd! Also, wo sind denn Sie hier? Also, wo sind denn wir hier jetzt? Ich bin hier auf meinem Grundstück und ich würde Sie bitten, jetzt einfach zu gehen. Auf Ihrem Grundstück sind Sie hier, das ist ja hier, ja? Und die Uhrzeit haben Sie auch nicht zufällig oder so? Hab ich nicht. Haben Sie meinen Assistenten gesehen? Also, wissen Sie, ich bin vorhin an der Schreinerei vorbeigekommen und er wollte diesen drinnen und drinnen und drinnen und drinnen und drinnen. Oh, holen Sie auch mal Luft zwischendrin oder was ist mit Ihnen? Luft? Nee, nee, ein Ramp nicht, wie ich so. Ich brauche auch keine Luft. Also, das ist überhaupt kein Problem, dass ich auch keine Luft brauche. Das liegt ja auch zu der Natur drin. Und jetzt suche ich meinen Assistenten. Ja, ja, der wollte in der Schreinerei... Ich habe den gesehen, den Assistenten. Ich habe den gesehen. Ja, ja, der war in der Schreinerei vorhin. Ich wollte das mit dieser gesägten Jungfrau machen und bis ich nicht dahin komme. Richtig. Sie müssen bei der Schreinerei noch ein Stück hin hochfahren Richtung Berghoch und rechts. Da ist ein Schafstall. Da habe ich ihn gesehen. Ach, da oben? Ja, da oben ist er. Ach, das ist ja fantastisch. Aber wie ich durch die Schreinerei komme, das können Sie mir jetzt auch nicht sagen, oder? Ich würde einfach mal sagen, geradeaus und nehmen wir dem Holzgeruch nach. Dem Holzgeruch nach, ja. Ja, natürlich. Kommt mal, der sägt dich schon wieder. Jungfrau, wissen Sie, wer hat das dafür sich in den Kopf gesetzt, ja? Ja, nee. Und dass er da die Jungfrau zersehen will, das wäre ja gar nicht gut. Absolut. Ja, klar. Und wo bin ich jetzt hier quasi gerade, ja? Also, wissen Sie, wo ich jetzt hier bin, oder? Ja, Sie sind einen Moment von dem Arschtritt weg. Gehen Sie einfach mal, gehen Sie mal um und gehen Sie einfach mal in die Richtung weiter, Super. Ich muss leider wieder los. Ich habe hier eigentlich etwas zu tun. Ja. Ja, aber wissen Sie, ich muss da noch eine Frage. Ja, ist kein Problem. Anders holt mich hier bitte raus. Ja, wo bist du? Vom Radio. Ich bin am Hof. Hier ist irgend so ein Wahnsinniger. Keine Ahnung. An welchem Hof? Ja, der nicht am Hof, in unserem Feld. Der blubbert mir die Ohren voll, das glaubst du nicht, Hannes. Jetzt komme ich ja quasi nicht mehr auf den Text dazu. Da wollte ich mal fragen. Ja. Wir können heute ein paar EP-Guten machen, wenn du will. Das wäre ja... Habe ich schon gehört? Ja. Ich muss mal ganz kurz was festfahren, glaube ich, hier. Hallo. Gleich, äh... Also, Sie können auch XP machen. Also, wenn Sie meine Fragen hier quasi Fragen lassen sein, dann könnten Sie vielleicht auch was behaupten. Aber ich sehe schon, Sie haben gar kein Interesse an unserem Spiel. Das ist ja gar kein Problem. Da bin ich ganz schnell wieder weg. Aber vielleicht wissen Sie trotzdem am Ende noch, wie ich meinen Ohrwurm quasi loswerden kann, ja? Also, das hat man mit so einem Rudi angefangen. Anders, wo haben wir das Gewehr? Der hat quasi immer gesagt, wenn der Rudi kommt, dann schicke ich dir irgendetwas. In der Halle? Aber ich weiß nicht, was er dir schicken wollte. Wissen Sie? Das ist gut. Das war schon ganz, ganz, ganz... Das wäre schon echt wichtig, wenn Sie mir sagen könnten, was mir der Rudi schicken Ich habe ein anderes Reden vorhin. Ungefähr das Gleiche. Warte. Äh... Das wäre doch echt schon wichtig. Hallo, Herr Amter! Nicht weglaufen von mir. Kein Problem. Irgendwas... Ich glaube, da ist ein Hase auf unserem Feld. Das machen Sie jetzt schon wieder. Hey, Sie können doch nicht den armen Reporter hier über den Haufen fahren. Hallo? Warte, ich muss da mal ganz kurz was zurecht. Bernd, wir haben eine ganz wichtige Nache. Ja, was denn? Das ist... Kannst du den nicht einfach abwürgen oder so? Also... Also sowas geht ja mal gar nicht. Das ist ja... Uh, Allah hört hier oder sowas, ja? Ja. Aber wissen Sie, aber die Erdbeeren... Ich habe hier einen Parasiten gefunden. Die Erdbeeren sind ja echt... Wird der bei dir auf dem Tod oder was? Ich höre den auch die ganze Zeit. Der ist... Alter, der ist... Ohne Punkt und Komma, ne? Der geht mir richtig am Sack. Das kann ich dir aber sagen. Ja, gut. Du bist doch... Du bist doch genau der Multitat gegen... Hallo? Ja, ich versuch's. Das ist super. So, pass auf Bernd. Ich hab jetzt was für dich. Und zwar war ich beim Händler. Und der Händler hat mir jetzt gerade was ganz Tolles gedeckt. Der hat nämlich gesagt, wir können alles unsere Maschinen und Geräte, egal ob motorisiert oder nicht, bei ihm abgeben. Was machen Sie jetzt schon wieder? Und dafür kriegen wir XP. Ach, ich merk schon. So, und wenn wir die XP haben wollen, dann können wir das jetzt nur heute machen, hat er gesagt. Und wir kriegen, egal ob mit Motor oder ohne Motor, wir kriegen immer 750 XP. Ach, ja, ja. Okay, gut, dann machen wir das so. Für jedes Gerät. Und weißt du, was witzig ist? Ich glaube, der Wolle, der kann Hellwehen. Das kann der Reporter damals sagen. Wir haben ja einen Hellweher bei uns, der kann dir die Lottozahlen vorher sagen. Das ist fantastisch. Das ist fantastisch. Ah, okay. Das ist interessant auf alle Fälle. Weil der ist nämlich hingekommen und hat seine Geräte da verkauft. Und der Händler war ganz baff und dann gedacht, was wollen denn hier? Und, äh, bis demnächst mal wieder. Okay, und was ist dann passiert? Naja, der, äh, Wolle hat dann gedacht, du, ja, ich war an seinen Befrühen. Auf Wiedersehen. Der hat dann irgendwie im Vorjahrton gerochen, das da, äh, irgendwas entbuttet. Okay. Äh, gut. Äh, klingt spannend. Äh. Ich bin schon wieder schweißgebadet, Hannes. Ich sag dir, was ist... Wie du denn das? Ich weiß es nicht. Ich werde heute ganz schlimme Albträume haben. Wovon? Von Radio Galgenberg. Das ist nicht gut. Nee, das ist nicht gut. Das ist auch keine gute Werbung für die. Was denn mit Radio Galgenberg? War das der Onkel, der da die ganze Zeit bei dir geredet hat? Ich hab keine Ahnung. Er hat auch nicht mehr aufgehört zu reden. Der war wie so ein... Wie so ein... Wie so ein... Wie sagt man denn? So ein Staubsaugervertreter an der Haustür, weißt du? Der, was den Fuß schon so in der Tür drin hat. Ja. Eine Katastrophe, kann ich dir sagen. Katastrophe. Und was wollte der jetzt? Ja, der wollte irgendein Interview für den hässlichsten Hof in ganz Galgenberg und... Keine Ahnung, was der alles wollte. Warum kommt der dann tun? Ja, wir wurden wohl nominiert. Von wem? Ja, von den 100.000 Zuhörer oder Zuhörerinnen, die die haben. Wen wo soll ich vorbeifahren? Ja, ich hab den schon versucht, äh... Platz zu fahren, aber... Er ist so dünn, der fliegt auch weg, wenn der Wind geht. Also von dem her... Keine Ahnung, wo der jetzt hin ist. Katastrophe. Ähm, Hannes, ich hab noch im Hinterstübchen, äh... Wir müssen noch was... Äh... Was abrechnen, äh... Äpfel... Und so Zeug. Alles gemacht. Hast du schon gemacht? Alles gemacht. Ich war jetzt schon mit dem Kollegen da, und nur da gab es irgendwie Probleme, weil wegen und dann 10% bla. Mhm. Die kriegen wir natürlich für die Sachen nicht, hat er gedacht. Ja, das ist klar. Damit hab ich aber auch nicht gerechnet. Ja, das hab ich ihm aber auch gesagt. Ich sag nur, ja, mach, weil er müsste und dann, äh, nochmal was abziehen wieder. Da hab ich gesagt, kein Problem, mach. Okay, okay, okay. Aber wir können beim Händler alles, was wir haben, an Geräten, was wir nicht mehr haben wollen, das kriegen wir dann aber auch nicht mehr wieder, das ist dann weg. Mhm. Können wir für 700, egal was, sind immer 750 XP lieber kriegen. Ich hab'n Vorschlag. Soll ich den MP-Tag, das kleine Mähwerk, den kleinen Schwader und den 550 dahin bringen? Ja. Ja. Dann haben wir 3000 XP gemacht. Ja. Können wir machen, oder? Können wir machen. Dann lauf' ich mal ganz fix nach Hause, dann fahr' ich zweimal hin und dann müsste eigentlich alles wechseln, was wir brauchen. Ja, wir müssen ja nicht sofort machen, bitte da unten tun, fertig? Naja, also Stroh bin ich jetzt erstmal fertig. Okay. Weil Pflanzen wär' halt Bodenwut, weil ich hab' ja jetzt noch die dritte da, weißt'ne? Solange nichts angepflantet, bringt nichts zu dritten. Ja, ich würd' aber trotzdem gern eine Sache zumindest mal wegfahren und die andere dann etwas später wegfahren. Okay. Zwei. Haben wir noch einen Frontladder? Wir sollten eigentlich... Einen haben wir. Wir können ja, also normalerweise haben wir einen Anspruch auf den zweiten. Wir haben zwei, seh' ich gerade hier. Ja. Können wir einen doch wegfahren? Das sind doch auch 750 XP oder nicht? 750 für jedes Gerät, was wir ihm bringen. Egal motorisiert, nicht motorisiert, alle 750 XP. Bring die Fahrräder hin! Die Fahrräder kommen weg, da kann ich dir was sagen. Ähm... Hier, den kleinen Schwader nehm' ich schon mal mit, den kleinen Popelschwader. Soll ich die Schaufel auch verkaufen, 750 XP ist viel, ne? 750 XP, ja. Ja, lass die Schaufel da, so nötig haben wir es jetzt auch nicht. Nur er konnte mir nicht sagen, wie das aussieht, wenn wir ein Gepannen wegbringen würden, so wie unseren Rüben-Ernter mit vorne und hinten, ne? Verstehe, was du meinst. Das konnte er mir noch nicht sagen. So, wir haben jetzt hier das Seitenmehwerk, das behalten wir, und das Frontmehwerk behalten wir auch, richtig? Frontmehwerk? Das grüne? Haben wir ein oder zwei? Zwei. Das, was wir von damals noch haben, würde ich wegbringen. Wir haben ja das kleine von Sepp Schnüßel oder wie der Kollege heißt, keine Ahnung. Ja. Das weg und der kleinen Schwader weg und den 515 plus Frontlader weg. Ja. Dann haben wir da schon mal eine gute Basis. Das müssten schon mal 1500 XP sein, wenn nicht sogar mehr. Aber die Schaufel, willst du die auch weggeben? Ne, die Schaufel lass ich da, alles gut. Ich wollte gerade sagen, die könnte man vielleicht doch auch gebrauchen. So nötig haben wir es dann auch wieder nicht. Ja. Ich habe meine Bannweite nicht richtig eingesetzt. Ich habe hier gerade was auf den Kopf gedreht. Oh, bist du nur so? Das ist, glaube ich, von Wolle und Wilma hier oben. So n Ding. Ja, das war auch von wem. Ja, sag mal so. Ich arbeite halt nicht immer mit 80 Metern Bannweite. Du meinst. Ja, das verstehe ich. Aber da darf auch keiner böse sein. Wir geben hier unser Bestes. Hast du noch den Hut auf, Hannes? Ich habe immer einen Hut auf. Eine Sonnenbrille auch? Ja. Ich auch. Was sagst du zu unserem Reformen? Willst du den behalten oder weg? Hm, naja. Hat du sonst einen Palettenaufbau? Leider nein. Siehst du? Dann würde ich den behalten. Uh. Aber den auch. Ja, gut. Das hast du ja auch wieder recht, ja. Den Drohaufbau könnt ihr halt weggeben. Den Drohaufbau gebe ich weg. Dann packe ich die Fahrräder rein und dann bringe ich das zum Händler. Ja. Okay, ich geh mal zur Probe mein, ne? Ja. Ja. Die 64? Ne. Hä? Wo ist denn die 64? Da habe ich doch schon gemacht hier, die 64. Uh. Wenn wir jetzt einen kleinen Rübenruder weggeben und den nächsten Punkt einen großen investieren. Ja. Könnten wir theoretisch machen. Hier? Ja. Einfacher TÜS-Plattestellen. Bernd! Ich habe hier einen Funk. Hallo? Ähm. Was fällt denn davon, wenn wir den Rübenruder auch weggeben? Weil wir nehmen ja eh den roten. Du weißt? Wann denn? Ja, zum Mieten, zum Rüben ernten. Achso. Und theoretisch könnten wir ja auch mit dem nächsten Punkt eh den roten freiteilen. Ja, dann bringe ich das weg. Alles klar. Dann mache ich das gleich mit meinem Herrn Obermeier aus. Okay. Super. Danke. Tschüss. Mr. Black White, was geht? I'm Mr. Black White. I'm Mr. Black White. I'm Mr. Black White. So, wir haben jetzt noch hier unser Fell, ne? Die 71. Hm? Warum geht denn das Ding nicht an jetzt hier? Katastrophe. Alles gut? Das freut mich noch zu hören. So. Oh. Und wenn jetzt Bernd mit dem anderen Feld schon fertig gewesen wäre mit dem Anpflanzen, hätten wir da jetzt auch schon spritzen können. Bernd, wir müssen die Prioritäten wichtiger setzen. So. Vielleicht hilft uns das ja mit dem Verkauf der Maschinen weiter wegen Level. Frage wäre dann wieder aber wiederum, was machen wir mit dem Punkt, ne? Was machen wir mit dem Punkt, was haben wir hier gemacht? Warum hatten wir es nicht gemacht? Hä? Er hat gesagt, er ist fertig, hier liegt noch Stroh. Hier liegt doch noch Stroh. Wer zählt denn da? Oh, Junge. Hier ist sogar noch der Trecker dran. Ich dachte, der ist nicht mehr dran. Ja. Aber Jungs und Mädels, ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Ich würde sagen, Däumchen raus, Abo raus. Schaut gerne wieder zur nächsten Folge ein. Rein, wenn ihr live mit dabei sein wollt. Unten ist der Link für Twitch. Gerne vorbeigucken. Und ja, haut bei den Namen vorbei. Alle unten in der Videobeschreibung verlinkt. Kuss auf die Nussliebe geht raus. Und schön wieder, bis zum nächsten Mal.